Ich denke, ich habe den Job bei den Leuten bekommen, weil das Zusammenspiel innerhalb des Teams mein Vorgesetzter gesehen hat, dass das super funktionieren würde. Es gibt bei uns sicherlich nicht das Studium, das man mitbringen sollte, aber es hilft natürlich, wenn man einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund hat. Wir suchen bei uns im Technology Consulting Berufsanfänger mit einem wirtschaftlichen oder technologischen Hintergrund. Bei uns wird die Qualität in der Arbeit sehr hoch gehalten. Dementsprechend ist es wichtig, sich auch weiterzuentwickeln und auch fachlich immer am Ball zu bleiben. Auf der charakterlichen Ebene ist es sicher wichtig, dass man belastbar ist einerseits, dass man andererseits auch gut kommunizieren kann mit anderen Personen, seines Mitarbeiters, seines Klienten. Aber der allerwichtigste Punkt ist sicherlich eine gewisse Wissbegierigkeit. Es ist unumstritten, dass wir in der Wirtschaftsprüfung Spitzenzeiten haben. Das bedeutet, wir haben längere Arbeitszeiten. Es gehört eine gewisse Zielstrebigkeit und natürlich auch ein gewisser Ehrgeiz dazu, Leistung zu bringen und auch Leistung zu zeigen. Wenn man in der Steuerberatung anfangen möchte, kann ich empfehlen, dass man an fachlichen Ausbildungen einerseits entweder ein wirtschaftliches Studium mitbringt oder auch ein juristisches Studium. Ich denke, man passt gut zu uns, wenn man das entsprechende Profil hat, ein professionelles Auftreten und die richtige Portion Humor mitbringt.